jo leute herzlich willkommen zu einem neuen video aufrekording mit dem chris und ihr seht es wir spielen mal seit langem wieder lol ich muss kurz gucken wie wir die spiele erkennen dann nehmen wir doch erstmal hier ich weiß nicht ob der auf ap auf ad geht das ist jetzt die frage ich bin mir doch eher das hier als erstes und zwar ist das eine kleine testaufnahme weil ich jetzt ewig nicht mehr aufgenommen habe und ein mikrofon auch schon ewig nicht mehr benutzt habe zum aufnehmen ich hoffe das ist jetzt alles so gut und wenn es ist ja sowieso nur ein test vielleicht werdet ihr das auch niemals sehen wer weiß ist ja es leckt okay geiles internet das ganze ist ranket ich spiel more ford auf ap und alter was sind das relax wo ich hier sind auch manchmal ganz schön dazwischen alter hat er die neue season angefangen bin silber 4 eingerankt leider aber ich habe davor die season auch gar nicht gespielt also deswegen kann ich mich nicht beschweren davor war ich auch nur gold 4 oder so sowas und ich hoffe mal dass das spiel hier läuft ich hoffe dass es keine lecks gibt ich bin ja umgezogen für die dies noch nicht wissen auch halt die fresse da im chat ja ich bin der echte record die wird gedacht ja ich finde gerade dass es gerade nicht so flüssig läuft aber es geht noch man kann sich angucken finde ich kann damit spielen habe ich die wahrscheinlich habe ich wahrscheinlich die videoeinstellung doch ein bisschen zu hoch geschraubt deswegen ruckelt das ein bisschen aber man kann es sich eigentlich geben gibt auf jeden fall schlimmere videos das von marcel so dies noch nicht wissen maul fight ap top lane op aber ich glaube gegen kennen den kennen gehe ich dann doch lieber auf tank ja wir haben halt ein ziemlich stronges team muss ich sagen mit set und so sieht schon gar nicht so schlecht aus und japan ist da auch schon das ist ja richtig low gewesen also ich mal lieber auf meine legen konzentrieren ja ja es ruckelt ein bisschen ich muss nächstes mal die einstellung doch ein bisschen runter stellen auch doch da ich das was mein pc schafft so aber 60 fps sind das gerade nicht das erste mal dass ich gerade mit obs aufnehmen ich habe vorher immer mit traps aufgenommen aber da habe ich das größte probleme und gehabt deswegen habe ich mal ob es jetzt ausgetestet und mal schauen ob das funktioniert ja was wenn ich warum er vor mir level 4 geworden geworden ist gerade aber naja das einzige problem mit maulfahrt ist halt die mana man das hat richtig scheiße und passpels eingesetzt hat das ist das einzige problem eigentlich ist es gar nicht so schlau maulfahrt auf der top lane zu picken gegen kennen mit kennen hat man halt ein ap gegner steht alter alles verpasst das war richtig schlecht gerade ich weiß auch nicht warum ich die wege gespielt habe eine aufnahme bin ich immer ein bisschen abgelenkt muss ich sagen anstatt dass er mal top kommt alter der wär mega instant dauern es hat halt wenig leben also ap als ob er mich durch die was seien getroffen hat was war das denn ich habe auf jeden fall mehr fahren das ist schon ein bisschen bitter weil ich ein nahkampf champion bin ja gewaltte silber place hier wie trifft er mich immer dadurch aber das war glaube ich ein auto attack von ihm ich dachte das wäre seine kugel wesen kennen habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt muss ich sagen wo der damage holy shit alter ich bin tot als ob er nicht stirbt als ob er wird alles gewastet was es gewählt hat mich getötet nach das war schon wieder bullshit gerade wenn man uns den mantel und gleich noch ein bisschen tränke ja nicht gedacht dass er sich da jetzt noch hinterher flasht so ein bisschen scheiße naja tp setze ich jetzt mal nicht ein obwohl doch 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 da sind genug was sein und man will die habe ich eh noch nicht da kann man ruhig tp einsetzen weil die lex hier stelle mich doch doch schon ein bisschen muss ich sagen also ganz flüssig läuft das nicht welcher oh mein gott verpasst sogar den äh großen minion das war natürlich auch scheiße ja komm okay ich schiebe alles auf die lex ich schiebe alles auf die lex kann nur eine lex liegen holy shit was ist denn gerade los ich habe gerade alles aber halt immer noch wenig fahren aber er hat einen kill mehr das ist ein bisschen blöd was auch gerade nicht wo jawin ist so wirklich die haben auch schon kill wer ist noch gestorben dynamisch gestorben nicht so gut muss ich sagen der lässt sich gerade richtig zeit mit dem farm kann ich nichts machen bisschen scheiße gerade aber naja oh mein gott der macht schon heftig der mit nicht schlecht aber ich habe halt noch überhaupt keine items was ist denn mit mir los alter aber ich habe jetzt auch schon länger wieder nicht gespielt das muss man dazu sagen zu meiner verteidigung meine rüstung wieder ich wollte mal fragen ob ich nächste runde mitspielen dürfte ich spiele wahrscheinlich gleich gar keine runde mehr naja die minuten mich alle an gerade so noch weggekommen alter holy shit oh leil ist der darwin der hat mich sowas von gerettet der ließ hin holy shit ey halt hatte mir gerade das leben gerettet er heftig was ja schon wieder zu wenig für einen trank ich das jetzt abwarten soll die paar gold ja das sind ja nur 10 was geht ab und sich denken ja der holt safe linkel oder es hätte mich jetzt gewundert werde nicht gestorben holy shit so oben ist was geht da ab oh ja der ist tot ich habe aber Mist gepinkt oh nein der ist da noch rüber gekommen oh nein ich wollte da lang gehen wow der feed da komme ich auch nicht mehr hin oh leule er jetzt hat er zwei kills bekommen ey was zum fick anstatt dass ich einfach weggehen ich weiß zwar nicht was da wirklich passiert ist aber es sah so aus ob die noch mal zurückgelaufen sind das war mega das war mega schlecht schön den java noch geholt und dann sowas ey und jetzt hat er auch noch red buffen na geil ey super freut mich freut mich echt oh shit ich verkack echt alles gerade drei kills ey heftig da muss ich jetzt aber auch gerade echt ein bisschen das aus team schieben auch wenn ich das ungern mache aber die zwei tode gerade waren echt unnötig es hätte nicht unbedingt sein müssen noch verpiss dich mit dem scheiß jetzt hat er die dinge ist nicht mehr abbekommen die eh weil es ein bisschen ruckelt ey alles auf die lex schieben ist immer am einfachsten machen auch alle aber ich verkauke echt alles ey alter was ist das wie konnte der schon wieder alles auf wie konnte der schon wieder drei von seinen scheißdingern auf mir haben ey ja ich muss back ey so bin ich doch wieder tot was ist ein scheiß ey er ist einfach zwei level über mir ey keine chance mehr er hat alles eingesetzt er sitzt einfach alles ein ey ich kann mir nix kaufen oh man lohnt sich da noch ein tp ja das lohnt sich noch den tower kriegt er nicht also ist das nervig ey das ist ein richtiger counter von mir ey das erste spiel wo ich wirklich probleme mit wo ich wirklich probleme mit mauerfalt habe sonst hatte ich nie so wirklich probleme aber meine kuh haut schon ein bisschen rein vielleicht kann ich ihn damit jetzt ein bisschen ärgern auch wenn er jetzt schon wieder weg ist heute auch ein pink wort was in unseren ja komm wist ich jetzt den dort sind zerstörten er hat er nicht euch zu stellen auch also battle of wards die will ich auch noch gott sei dank der schon wieder miss warum auch immer aber ich kann ja glaube ich bald nutzen wenn ich ein bisschen mehr items habe heute ich verkack alles äh alter was ist das es leckt so hart rum holy shit man ja das ist schon ein bisschen nervig das musste ich nächstes mal auf jeden fall anders einstellen jetzt kann ich mir immer noch nicht das item kaufen warum gehe ich überhaupt schon weg jetzt ist die frage magie resistenz items äh magie resistenz schuhe ja ich glaube ich will mir die jetzt mal und noch ein pink ward ja der zerstört jetzt in den tower kann ich nichts mehr machen ja top lane gelaufen läuft deswegen macht mir auch wirklich noch spaß was ein bullshit da komme ich nicht er ist zwei level über mir was soll ich da noch machen der gleich schon seitens 2 2 da geht es mal er ist noch echt scheiße ich soll das erst mal dass ich gegen den ap top laner spiele sonst noch nie mit maufeld ging seit doof ist halt echt doof kaut auf mich halt echt hart ja komm ey die versagen krieg ich auch wieder alle nicht was ein bullshit ey aber der jarwin lässt mich Gott sei Dank in Ruhe der kuh macht halt echt ein bisschen damage soviel zu dem java lässt mich in Ruhe oh shit ey oh ich wusste dass der licinda kommt ey weil ich das früher gesehen hätten wir die locker nutzen können ey und er trifft seine kuh nicht ey wie verkackt denn bitte set gegen ne orianna wie kann das sein holy shit ey und er nimmt sich ein kill danke dafür ist ja nicht so dass ich ein bisschen gold gebrauchen könnte danke ließ hin was ist ein wichser ja das ist total ungewohnt mit dem magieresistenz item anzufangen ich hab mir sonst immer so ein sunfire cap direkt geholt oh und ich verkack jeden minion die wollen schon surrendern alter what the fuck man niemals alter niemals surrendern ey Leute merkt euch das jetzt kann ich mir auch gleich endlich mal ein item kaufen ja die lexen helfen halt schon ein bisschen wie oft will ich das eigentlich noch sagen so endlich mein erstes item fertig ey danach hole ich mir jetzt echt direkt sunfire alter ich brauche noch 80 gold dafür leul dann verkaufe ich den dann fehlen mir trotzdem noch 30 gold geil dann gucken wir uns ein bisschen uns hier die botleine an wie alle verkacken ey er geht einfach rein ey obwohl alle von da kommen aber sie flaschen sich alle alter ich spiel nie wieder leul ich schwörs euch was geht denn da ab alter ok das ist das spiel das ist sowas von lost das game und diesmal bin nicht mal ich schuld alter was ist das denn wieder für ne scheiße heute ey ja wie kann man mit setz so hart reinfeeden alter mit setz muss man orianna eigentlich auseinander nehmen ist wahrscheinlich einfach so einer der sich auf irgendeiner loll counter seite geguckt hat joh dit counter den blablabla was war das denn alter wie alle sterben direkt ey alles können wir sowas von surrendern weißt du damit man einmal nach einem jahr oder länger mal wieder lol auf und direkt sowas alter naja und jetzt fängt das geflame an keine chance dass das ist sowas von verloren das macht keinen sinn mehr kann man auch schon wieder nein guckt euch doch an wie die alle pushen ey das ist doch das ist doch schon wieder bullshit ist das wegen solchen momenten wegen solchen teams habe ich auch irgendwie die bock mehr leute zu spielen das ist das problem an leute wenn man solche team als hat dann hätte ich jetzt auch eingefiedelt ja hätte ich gesagt oh ja scheiße aber hier verkackt ja wirklich jeder alter ist echt und ich habe diesmal nicht rein gefiedelt das spiel ist einfach an dem punkt scheiße geworden als die da im jungle in zu erkennen wie zwei kills gegeben haben weil vorher saß noch alles gut aus zudem fickt erkennen und die oriana einfach alles zusammen das ist nicht gut weil jetzt verliere ich wieder punkte aber macht ja spaß das spiel leute gönnt euch das spiel gibt auch wie ich 300 euro für das spiel mindestens okay das ist schon lange her ich habe schon ewigkeit geld mir hierfür ausgegeben aber trotzdem es waren noch die guten alten zeiten wo lol noch spaß gemacht hat da wo es nicht so viele champions kam wo es fast in jedem spiel die gleichen champions gespielt haben sag ich jetzt mal ist mir jetzt auch scheißegal wenn die da mit pushen das ist eh nicht mehr zu retten das spiel ich nehme jetzt schon auf oh jetzt kommt draven auch noch was für try harder Mensch ich hätte jetzt auf ja gedrückt aber nein das video muss natürlich noch viel länger zum rendern brauchen ich kann mich nicht mal das ding kaufen der blitzkrieg ist aber echt lau aber egal ich bin echt gerade überlegen sogar das spiel nicht hoch zu laden weil das einfach richtig bullshit ist alter das schlechteste spiel was ich mir hätte aussuchen können zum aufnehmen ach man ist doch alles kacke es macht einfach keinen spaß mehr es ist nicht mehr dasselbe wie früher finde ich jo wieder gefeated ist und der set kann einfach null ey holy shit und ich krieg wieder kein geld jetzt gedacht ja klar welcher jungler well played alter ja bestimmt ganz bestimmt also wie viel kommt denn da raus ey ich spuche einfach die top lane obwohl die da unten klären das gerade schon ich war zwar nicht weil er gerade getötet wurde oh januar wow wo das erste mal getötet ey wow ich krieg immer noch keine basalen ey ich bin zu schlecht heute das liegt aber immer noch an den lex Leute merkt euch das ich weiß nicht ich laber die ganze Zeit scheiße wenn ich keinen anderen zum reden habe aber sonst nehme ich eigentlich mit anderen leuten auf deswegen ist das ein bisschen komisch heute für mich egal ich verstehe alles durch auch wenn jetzt herkommen aber klar das war sowas von klar dass er herkommt das ist so ein schweiharder ey ja also was finde ja ok ja natürlich genau in dem moment stand er mich wahrscheinlich ok ich habe etwas getötet und dafür dass sie zu zweit waren werde blitzkrieg wenn ich komme hätte ich den eventuell sogar bekommen aber es sind natürlich heftige 2h da da kann man nichts gegen machen komm schon seit jahr richtig gut mensch aber komm Leute aufgehen bitte das hat keinen sinn mehr ey wer drückt denn da immer noch nein alter was sind denn das für retards holy shit alter ok die finishen jetzt eh ich glaub die finishen jetzt eh mensch macht ja richtig spaß heute ey Leute ey das ist das beste Spiel ich glaub ich lass sie jetzt einfach finishen ey komm schon ja gib mir deine kugel macht spaß mit der zu spielen aber da kommen die plays von der wayne ja mann wenn ich jetzt ne ulti hätte ich ihm helfen aber good job erstmal triggern he 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 wayne schreibt auch replay oh nice ulti ey na man oh Leute ey hilft mir mal irgendwer oder so hallo ich konnte nicht mal ulten ok ich war ins ich war durchgehend äh CC'd konnte mich aber null bewegen nice game much fun was ein bullshit alter ich hasse league of legends ey oh man ey rip hier